Aber heute haben wir uns gedacht, wir machen es trotzdem, holen aber zu diesem Zweck und darauf bin ich sehr, sehr stolz, einen jungen Musiker auf die Bühne mit Namen Jonathan Schreiber, der uns auf der Gitarre begleiten wird. Mein Sohn Jonathan Schreiber, bitte, die großen, großen Applaus. Herr Lisa, du bist mir drauf. Und jetzt kommt jetzt eine eher eigenwillige Interpretation von unserem ersten Lied, One Night in Tipo Drum, vielleicht kennenzulernen. Das ist auch gleichzeitig unser letzter Song, wir haben uns aber als Sicherheit noch eine Zugabe vorbereitet von Sarah und Sarah. Aber wie geht es denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020